Herzlich Willkommen und Servus zu einem neuen Top 10 Video auf unserem Funky Football YouTube Kanal. Und heute geht es mal nicht um Talente. Man sieht in FIFA 23 vor allem auf YouTube immer nur Talente, man holt nur Talente. Heute soll es mal um was ganz anderes gehen, um so richtig schöne Old Hats, die man vielleicht zu dem einen oder anderen Verein holen kann, um nochmal ein bisschen Spaß mit ihnen zu haben. Ich habe es dir schon genannt, die Golden Oldies. Und der erste goldene Oldie ist einer der goldensten Oldies und zwar mit 44 der älteste auf der Liste. Natürlich ist es Gianluigi Buffon. Hier sind nur Spieler, die ihr auch wirklich in der ersten Saison holen könnt, weil so Leute wie Zlatan und Ribéry, die hören ja auf, aber Buffon verblüffenderweise noch nicht. Er hat einen auslaufenden Vertrag bei Parma und er ist natürlich eure Option 1 für eine schöne Road to Glory in Italien. Und ihr guckt einfach mal, wie lange ihr ihn durchtragen könnt. Für seine Legacy würde ich euch einfach ans Herz legen, macht die Road to Glory doch einfach mit Parma. Dann müsst ihr ihn auch nicht mehr kaufen, dann kann er auch bei seinem Jugendclub bleiben. Aber Buffon, ich meine allzu viele Worte müssen wir nicht verlieren. Der Mann ist mit Stellungsspiel 90 immer noch einer der Besten der Welt. Er ist Führungsstärke, Teamspieler, zurückhaltend bei Flanken. Er sitzt in seinem Alter jetzt auch nicht allgeberraschend, aber er ist einfach geil oder nicht? Als Torwartoption Nummer 2 haben wir Hugo Loury, der wahrscheinlich mit der höchsten Gesamtstärke noch ausgestattet ist von diesen Golden Old Hats hier. 87 hat er noch mit 35 Jahren, aber ist natürlich auch klar, er bringt immer noch einfach starke Leistungen, auch wenn er jetzt so langsam in die Jahre kommt. Und bei ihm, wie viele Jahre ist er schon bei Tottenham? Der ist schon Ewigkeiten mein Torwartoption. Ich glaube schon mindestens 10 Jahre, ich glaube da lege ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Aber er ist ja auch für andere Ligen noch eine Option, oder? Auf jeden Fall. Er ist zwar jetzt noch relativ gut, kostet aber wegen seinem Alter jetzt nicht mehr so viel. Deswegen vielleicht in so einem schlechten Team in Frankreich, vielleicht auch Ligue 2 heißt es wahrscheinlich. Ligue 2 heißt es. Ligue 2 Team, wenn ihr da mal eine Karriere macht, was sehr wenig Leute machen, glaube ich, könnt ihr ihn natürlich auch holen, wenn er sich dahin entscheiden würde aus der Premier League. Das ist doch so eine Frage. Ja, aber dann auch. Ich meine, der ist ja auch eine Option für Saison 2 und 3. Also wenn ihr so eine Road to Glory in Frankreich macht und dann aufgestiegen seid und dann Hugo Loury ist vielleicht ein, zwei Ratings runtergegangen ist, dann ist der perfekt für euch. Ich bin mal gespannt, ob er auch die 40 Jahre knackt, weil mit einer 87 spielt er auch schon relativ lange in FIFA. Ja, vor allem wenn ihr denn trainiert. Und bis vor kurzem wäre der Kollege nämlich noch der mit dem höchsten Rating gewesen, aber durch diese ganzen Verletzungen in der letzten Saison ist Sergio Ramos auf eine 84 runter. Er ist natürlich aber trotzdem noch eine gute Idee für eine Karriere, klar, natürlich vor allem in Spanien. Wir machen das irgendwie immer so in unserem Kopf, dass halt die Spanier nach Spanien gehen und die Franzosen nach Frankreich. So ist es ja aber auch in echt. Und Sergio Ramos wäre natürlich perfekt für so eine Sevilla-Karriere. Nochmal dahin zurück, wo alles angefangen hat, mit Jesus Navas die älteste rechte Verteidigerseite aller Zeiten bilden. Beide 36 und da einfach nochmal ein bisschen chillen. 90 Aggressivität, 91 Sprungkraft, immer noch. Also der ist ein athletisches Biest. Ich habe Workout-Videos von dem im Sommer gesehen. Ja, ich glaube, es ist wirklich geisteskrank, was der noch drauf hat. Und er wäre halt einfach ein super Führungsspieler für euer Team. Einen Kapitän, den du einfach in jede Mannschaft reinbringen kannst. Und die Preise heute sind sportbillig. Weißt du, wo ich ihn auch sehen würde? Zumindest in echt. In der MRS. Ich glaube, er ist so ein MLS-Kandidat. Ja, nochmal so ein LA Galaxy oder so. Ja, genau. So ein Typ ist er. Und wenn ihr kein Interesse daran habt, Ramos aus PSG wegzuholen, dann holt doch einfach auch Thiago Silva wieder zurück zu PSG. Dann geht er irgendwie hin und her, hin und her, hin und her. Aber nein, Thiago Silva natürlich auch eine Legende. Auch schon 37 Jahre alt. Brasilianer durch und durch. Wenn du sein Gesicht ansiehst, es kommt gar nichts anderes in Frage. Ich finde, er ist Prototype Brasilianer. Brasilianer. Er ist Prototype Brasilianer. Das stimmt eigentlich. Ja, ist auch so. Ansonsten könnt ihr ihn natürlich noch nach Italien holen. Zum AC Meiner. Da hat er auch eine sehr erfolgreiche Phase. Mit einer 86 geht das sogar. Wenn ihr ihn direkt holt, da ist er noch gut dabei. Und was wir euch natürlich hier auch zeigen, ist, die perfekten Leute zum Scouten, falls ihr Regents haben wollt. Also das mal ganz am Rande, falls ihr gar nicht auf dieser Old Head steht. Hier ist es eine perfekte Liste für Regents, die ihr scouten könnt. Ivan Rakitic ist jetzt aber nochmal so ein Oldie, den wir für eine ganz bestimmte Karriere im Kopf haben. Und das ist natürlich klar. Er ist eigentlich Pflicht für jede Schalke-Karriere, würde ich sagen. Spätestens ab Saison 2, da kann man ihn sich definitiv leisten, weil er wird auch nochmal ein bisschen runtergehen und er ist jetzt schon relativ billig, weil sein Vertrag ausläuft. Vielleicht läuft der Vertrag auch aus und ihr könnt ihn dann so holen. Er ist einfach Pflicht. Er hat selber schon nicht ausgeschlossen, nochmal bei Schalke zu spielen. Ich glaube, der hat sich damals richtig wohl gefühlt bei Schalke und er wäre natürlich mit Abstand euer bester Spieler. Und ich meine, der kann noch ein paar Jahre spielen. Diese ganzen technischen Werte sind überragend. Also 86, 87, 85, 88. Das sind Stats, die werden eine lange Zeit nicht runtergehen und ihr werdet sehr viel Spaß mit dem haben. Und das Schöne auch mal aus der Distanz ein Zündchen. Zack. Und wir bleiben direkt in Sevilla. Alejandro Gomez, besser bekannt als Papu Gomez, ist ja vor ein paar Jahren von Bergamo nach Spanien gewechselt. Es war irgendwie so ein komischer Wechsel. Er war eigentlich fast schon eine Legende in Bergamo. Also er war da der beste Spieler gefühlt. Und auf einmal, ja, ich gehe nach Sevilla. Trotzdem, da spielt er jetzt auch anscheinend immer noch ganz gut. 84er Samsteiger hat er noch gehalten mit 34 Jahren. Und bei ihm das Besondere ist, man merkt bei den anderen, die Gesamtwertung ist noch relativ hoch. Die Stats für FIFA, um sie zu spielen, ist so mäßig. Außer bei Rakitic jetzt. Bei ihm sind die Stats auch noch richtig gut. Schaut euch das mal an. Antritt 90, Sprinttempo 83. Sau beweglich. Gute Reaktion. Ja, stärker kann er ein bisschen, ne? Nachlegen, also ein bisschen den Kraftraum. Aber bei den technischen Stats. Also der ist ja so flink und beweglich. Und kann den Ball natürlich auch mitnehmen. Er hat viel Ballkontrolle, flanken kann er auch. Also ihr könnt sowohl auf dem Flügel mit ihm spielen oder auf der 10, was er hier auch die beiden Positionen hat. Und er hat, du hast gerade schon gesagt, er ist so dieser argentinische Messi. Ja genau, er ist quasi Messi at home. Messi light. Einfach so ein schöner hellblauer Sticker drauf. Light. Ja, dazu kann er auch noch schießen. Also er macht, glaube ich, richtig viel Bock. Wir schauen auf seinen Preis. Der ist natürlich ein bisschen höher als bei den anderen, weil er auch erst 34 ist. Aber in ein, zwei Saisons geht das, glaube ich, auch so Richtung 10 Millionen. Ja. Gleiches Rating. Deutlich älter und deutlich billiger. Ja, wir haben Edin Dzeko im Angebot. Vertrag läuft aus bei Inter Mailand. Hat jetzt natürlich mit Lukaku und Lautaro Martinez auch keine schlechte Konkurrenz da vorne im Sturm. Aber was er auf jeden Fall immer noch kann, ist die Stärke. Stellungsspiel von 90, Ruhe von 87 und ein Abschluss von 87 mit einer 86 Schusskraft. Also wenn ihr den Mann in Positionen bringt, wo er Tore schießen kann, schießt der Tore. Also wenn ihr da eine gute Flanke reinbringt, der hält seinen Kopf hin, 85er Kopfballpräzision, das Ding ist drin. Wenn ihr den anspielt im Strafraum, ist eigentlich jeder Schuss ein Treffer. Der ist wirklich legendär. Ja, und vor allem natürlich nochmal so eine Rückkehr in die Bundesliga. Bayern Wolfsburg. Sehe ich da schon irgendwie, da nochmal bei Wolfsburg vorbeizuschauen oder sowas. Oder wenn ihr nicht mit Wolfsburg Karriere machen wollt, mit einem schlechteren Team. Sehe ich den in ein, zwei Jahren vielleicht auch nochmal. Die Liga kennt er, da hat er Spaß gehabt. Da war er Torschützenkönig, glaube ich, sogar das Jahr nach Grafic. Der Mann ist ein Brett, sage ich euch. Und das immer noch in Karriere. Und wo Hendrik jetzt schon so in Bundesliga-Historie schwelmt, bleiben wir einfach direkt da. Marco Arnautovic, wer vielleicht Dünger ist, der weiß es gar nicht. Der Typ war eine absolute Legende bei Werder Bremen. Hat damals alles zerbombt. Und halt so ein, ja er ist immer noch so ein außerakonischer Charakter. Und das in der Bundesliga ist halt einfach so geil gewesen. Wirklich, er hat nicht ohne Grund einen Flair-Trade, den halt einfach zu echt. Und ich hoffe, der wird ihn nie wieder los. Er darf nie wieder los werden. Den noch nach Bremen zu holen. So vielleicht auf MS oder Z2M hinter den hessischen Vögeln. Weil schaut euch mal Schusswerte an. 84 Schusskraft, 82 Weitschüsse. Der Mann hat ganz schön viel Wumms dahinter mit seinen 1,92. Das könnte schon richtig geil werden. Und ich würde auch empfehlen, ihm nochmal die 5-Sterne-Spezialbewegung zu geben. Ja, definitiv. Die hat er sich auch redlich verdient. Es, sagen wir mal so. Man würde einfach sagen, er ist ein kranker Baller. Ja, er ist ein kranker Baller. Und bei Luis Suarez gibt es zwei Optionen. Entweder der Alte oder der Junge. Wir schlagen euch jetzt nochmal den Alten vor. Und zwar den, der richtig gut ist. Einer der besten Stürmer seiner Generation. Und das ist halt nicht übertrieben. Vielleicht sogar der Beste. Da kann man sich definitiv drüber streiten. Aber Luis Suarez. Ich habe es mir im Sommer gewünscht und gewünscht und gewünscht. Ich habe ein Video drüber gemacht. Ich wollte es einfach unbedingt. Ich habe, glaube ich, schon zwei Videos drüber gemacht. Ich will Luis Suarez eigentlich nochmal in einem Ajax-Trikot sehen. Oh ja. Es ist leider nicht passiert. Er ist zurück in die Heimat gegangen. Zu Club Nacional de Football. Seine Entscheidung. Ist er bestimmt glücklich mit nochmal in der Heimat zu zocken. Ist sehr wild. Ich habe da mal ein Video gesehen. Das Stadion. Von dem ist wirklich so ein Kreisliga-Stadion. Echt? Ja. Und da kommt jetzt Luis Suarez an. Immer noch geisteskranke Werte. Er ist eigentlich fast genau wie Edin Dzeko in FIFA. Nur noch ein Ticken schneller. Und ein Ticken besser in der Technik. Also was so Ballkontrolle und Passspielen und sowas angeht. Ich meine, die Stads sprechen für sich. Wie gesagt, wenn ihr mal eine Ajax-Karriere macht, ist er perfekt für euch. Wenn ihr eine Liverpool-Karriere macht und ein Backup zu David Nunez sucht, der wäre natürlich auch der perfekte Mentor. Oder einfach so mit eurem Lieblingsklub oder irgendwelchen Klubs in Premier League oder sowas. Luis Suarez ist ein Border und ich liebe ihn. Also ich schicke dir ein Liebesbrief dann gleich einfach ab. Ja, ja. Nimm den mit. Drüben ist eine Poststelle. Naja, ich klebe zwei Briefmarken drauf, das sollte reichen bis nach Uruguay. Stimmt, ja. Uruguay. Ich glaube damals, als Leicester City den Titel geholt hat in der Premier League, da wurden Jamie Vardy auch ganz schön viele Liebesbriefe geschrieben. Obwohl er aussieht, wie er aussieht. Weil er hat die einfach zum Titel geschossen. Wie kann man durch eine Saison zur Legende werden? Jamie Vardy hat es euch allen gezeigt. Ist inzwischen auch 35 Jahre alt. Ich glaube, der war früher im Knast. Also irgendwie so, als er so 22, 23 war. Er war nicht ganz im Knast, aber er hat auf jeden Fall eine Fußfeste gehabt und durfte nicht weiter weg als ein bestimmter Radius. Und durfte deshalb in einem Spiel nur eine Halbzeit spielen. Weil die, ja, genau. Die eine Hälfte war halt außerhalb des Radius. Und dann hat er sich einfach von der vierten Liga in die dritte, in die zweite, auf einmal mal in der Premier League und auf einmal wird er einfach Premier League Meister. Das ist so eine geile Story. Deswegen, warum nicht einfach nochmal machen? Nehmt ihr mit in eure Road to Glory, wenn ihr in der vierten Liga seid. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen teuer. Aber so in der dritten, vielleicht schon, in der zweiten auf jeden Fall habt ihr das Geld, ihn zu verpflichten. Und da kann er euch auf jeden Fall nochmal richtig weiterhelfen. Und er ist nämlich auch noch ein anderer Kandidat, der schnell ist und den man auch spielen kann. Ja, irgendwie kann man auf jeden Fall spielen. Ich meine, Jamie Vardy in echt ist auch immer noch gut. Und Leicester struggled natürlich komplett, aber die letzten Jahre von Jamie Vardy haben gezeigt, er ist ein absoluter Vollblutstürmer. Sieht man hier auch. 88 Abschluss, 87 Schusskraft. Perfekt, wie gesagt, für die Road to Glory. Spätestens in der zweiten Liga kannst du zuschlagen oder könnt ihr zuschlagen. Fragt ihn einfach durch, holt ihr euch danach den Regen. Der ist nämlich auch geisteskrank, hatte ich. In FIFA 21 müsste es schon gewesen sein. Kino ist damals noch OGs, werden es noch wissen. Stimmt. Und der war ja unfassbar. Der war unfassbar. Kino und East war unfassbar. Ich glaube, wenn ihr Kino und East auf unserem Kanal sucht, müsste auch ein Video nach ihm betitelt sein. Müsste sein. Müsste eigentlich betitelt sein. Kino und East mit dem nächsten Dreierpack oder sowas. Ja, genau. Und mit seinem schönen blauen Verband, den ich ihm dran gemacht habe. Der war wirklich eine Legende. Also hier auch dicke Kaufempfehlung für den Regen. Und dicke Kaufempfehlung einfach für alle 10, die wir hier auf der Liste haben. Ja, bei mir Vardy, Suarez, Anautovic, Dzeko für die Offensiv im Mittelfeld, Gomes und Rakitic. In der IV haben wir Ramos, Silva und dann als Torhüter. Lurie und Buffon. Ja, und das war eine entspannte Liste. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch für Listen haben wollt. Und dann könnt ihr natürlich noch Like aufs Video da lassen und natürlich unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Servus. Servus.